Heute ist der 27. Juli 2019. Ganz Bayern und besonders München schreit vor Hitze auf. Ganz Bayern? Nein, es gibt einen kleinen Ort, der sich gegen die Hölle auf Erden stellt. Das Zunfthaus München, denn wir spielen unsere Premiere von Mordsgesang, Singer oder Stern in einem 22 Grad klimatisierten Raum. Also raus aus der Hitze und rein ins Vergnügen am Samstag, den 27. Juli 2019. Servus. Absatz. Das Zoude. Versatz. Absatz. 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 Bis zum nächsten Mal.